Willkommen zu diesem kleinen Video über den Hunger Games Mega Server. Ja, bei diesem Server handelt es sich um einen reinen Hunger Games Server, der vielleicht auch bald zu einem Grundstücksserver wird. Also Hunger Games und Grundstücksserver. Und bei uns findet ihr einige Gäste, einige Maps, die vielleicht ganz interessant sind. So wie zum Beispiel Seatown von MV3 und das ist natürlich eine Call of Duty Map. Aber das kommt auch ganz cool, wenn man da mal so ein bisschen spielen drin kann oder Terminal, wie man auch im Video sehen wird. Da kann man natürlich auch gewinnen oder verlieren, wie ihr das wollt. Aber es macht auf jeden Fall viel Spaß. Wenn ihr da auf den Server kommen wollt, Link ist in der Beschreibung, beziehungsweise die IP. Und es gibt zum Beispiel auch kleine Minigames, wo ihr zum Beispiel Jump'n'Runs machen könnt und eventuell einen Rabattcode gewinnen könnt. Das weitere haben wir so bestimmte Gäste, die eventuell mal da sind und ja, vielleicht trefft ihr sie ja an. Wenn genau du dabei sein willst, dann komm jetzt noch auf den Server. Er ist 24-7 online und er läuft natürlich auch lagfrei. Ich und HU wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß auf diesem Server.